Hallo und herzlich Willkommen! Ich bin Jeanne vom Label Oliya und ich zeige euch heute meine neue Mazzurri-Kollektion. Wieder einmal sehen wir uns hier und ich möchte euch gerne meine neue Kollektion präsentieren. Diese Kollektion besteht aus vier verschiedenen Kleidern, fünf verschiedenen Röcken und einer kleinen Schmuck-Kollektion. Alle Kleider dieser Kollektion sind mit meinem neuesten Kompi-Schnitt gemacht. Das heißt, sie haben eine glatte Front, hinten eine Schnürung, an der Seite Knöpfe für Wasties, wenn ihr sie dazu bestellen wollt oder auch von anderen Kleidern tauschen möchtet und unten eine schöne Spitzenborte. Alle Kleider und Röcke sind wie immer von Größe 30 bis 48 tragbar. Und hier nun meine verschiedenen Prints. Das erste Kleid ist, wie ihr seht, in einem super süßen Koi-Print gemacht. Das japanische Wellenmuster ist hier in einem Cremefarben, worauf die Fische in Rot und in Blau noch viel besser zur Geltung kommen. Der zweite Print hat diese wunderschönen lila blauen Blumen mit Goldverzierungen und vielen schönen japanischen Muster, ebenfalls zum Beispiel mit diesen Wellen und anderen schönen Sachen. Das dritte und vierte Kleiddesign gibt es einmal in hellblau und einmal in braun mit demselben schönen Print. Und zwar seht ihr hier diesen wunderschönen Print mit Karo-Mustern und Sternen darauf und oben in der Front und unten an der Borte habt ihr diesen Karussell-Print mit den Ponys und vielen schönen Details. Zu allen Kleidern gibt es wie immer entweder eine große oder zwei kleine Schleifen, passend dazu kostenlos. Und nun zu den Röcken. Dieser Rock ist wie ihr seht aus demselben Print wie das zweite Kleid, auch wieder mit schönen Blumenmuster. Ein weiteres Blumenmuster auf schwarz findet ihr auf diesem schönen Rockprint. Als drittes kommt dieser wunderschöne schwarz-rot-goldene Print mit grauen Wellen, Ahornblättern und sehr sehr vielen goldenen Details. Nun gibt es einen Mixtrock, der oben ein schönes Dunkelrot hat und unten den Koi-Print, den ihr ganz am Anfang gesehen habt. Da ich wie immer alle Kollektionen online released habe, ist der blaue Ponyrock schon vergeben. Allerdings habe ich noch Stoff dazu und werde diese auch noch fertigen, weil er einfach schneller weg war, als ich sehen konnte. Das heißt als letztes gibt es hier diesen Rock mit einem ähnlichen Print, auch wieder die Karo-Muster und schwarz. Unten ein paar schöne Details, aber ohne die Ponys. Nun kommen wir mal zum Schmuck. Da es so viele Gold-Details in dieser neuen Kollektion gibt, habe ich mich für ein schönes goldenes Set entschieden. Hier seht ihr das komplette Set zusammen. Wir haben einmal eine Kette, ein Armband und natürlich wieder Ohrringe. Alle sind verziert mit diesem flügelnden Herzen mit dem roten Stein in der Mitte. Außerdem haben alle noch eine goldene Schleife dabei. Beim Armband gibt es ebenfalls noch kleine Schleichen und diese wunderschön glitzernden Sterne, die ihr ebenfalls bei der Kette findet. Alle diese Produkte könnt ihr wie immer in meinem Etsy-Shop finden. Schaut da einfach nach Lulia-Shop oder schreibt mir auch bei Instagram oder Facebook, wenn ihr Interesse daran habt. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch wieder gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr noch nicht genug habt, dann schaut hier doch mal vorbei.